ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, du musst noch drücken die 3 Ich nehm die 3 Entschuldigung, übertrimene Lache, ich weiß So, und jetzt machen wir platt Allen Arschloch was kommt Hoffentlich kippt ihn wieder mal im Real-Heli, drau durch Ohne Scheiß Mein Ragequid Und ich hab den... Das ist Zappo Dann werfen wir das Handtuch Ja, kann nicht wahr sein, ne Also dass hier alle Chelsea, äh Ja, Chelsea wär schön Also alle Madrid spielen, ey Yeah Nehmt doch mal die Eier in die Hand und nehmt doch mal nicht jemand Ja, nehmts heute mal Braunschweig Oder... Das ist ne krassen Forderung Dynamo Dresden Das wär doch mal nice Das wär mal brutal, du darfst... Ich hab dich Und jetzt zerlegen wirs In Grund und Boden Die Boden Die Höhne werden da Stingen aus Ja Yeah So Will noch jemand was zum Defi-Pokal sagen? Nein, wollen wir nicht Es wurde ehrliches gesagt Scheiße, was man Scheiße, scheiß Bayern, ey Die haben's gar nicht verdient, haben's das nicht, die Luschen Vielleicht sind's die beste Mannschaft, keiner interessiert's Wurscht, langweilig, blöd, mir wurscht Scheiß Bayern So, ja, ich hab's gesagt Was mit dir? Das war ein Tor Vielleicht hätte Bayern trotzdem gewonnen Aber trotzdem, das war ein Tor Ich find schade, dass das nicht anerkannt wurde Obwohl sogar der Linienrichter gesagt hat Hey, jetzt war ein Tor Oh Gott, das war's nicht So, jetzt komm, machen wir mal hier Ja, jetzt spielen wir gegen Dortmund Krass, oder? Welche Linien? Eine kranke Flanke Einfach mal... Ah, jetzt wollte ich Einfach mal draufziehen Ja, ich hab schon drauf gewartet Deswegen hab ich eigentlich bloß geschaut Ob's klappt Jetzt hab ich wieder eine klassische Fehler gemacht Ab und vor, auf Lust Oh, es ist gut Alles gut Und das ist gut zu haben Und das ist gut zusammen Oh, das mach ich nie voll Ganz ein Stück, also Unbewusst Mach wir jetzt Ist mir ein bisschen fallen Nicht kein, wie das lacht Uh, komm an Oh Nein, 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 nein Du wie Dreckig, ey Ich hätte so gelacht, wenn ich nur gelacht hätte Das war dreckig Ja Dann prallt der Ball von dir wieder zum Spieler Und dann hat er wieder Glück, dass er zuschießt. Nein, mein Gott, geht schon wieder los. Katzen, Katzen, könnte ich schon wieder. Ich verstehe auch nicht, warum so eine Brühe ungefähr 20 mal schon ist. Ja, die waren nämlich total hässlich und dreckig. Da war unser Angriff. Leider erst hier war schon mal mega. Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht schlafen wir heute mal ein bisschen mit. Stimmt. Wir brauchen ein bisschen mehr spielerische Finesse. Also das war definitiv spannend. Aber ich glaube, ich habe es noch gerettet. Jetzt kriegt er noch ein Meter, oder? Boah, da habe ich schon Angst gekriegt. Mein Heim traue ich alles zu. Das auch noch. Aber... Ach komm, ich glaube, ich kriege nichts mehr. Oh Gott. Oh, mir lebt meine Mutter mehr. Was leg ich denn eigentlich hin, Mann? Was gibt's denn nicht? Ui, Mann. Ach, Dissab. Ha. Okay, ich bin wieder gedrückt. Super. Ah, da war ich noch auf dem Knopf. Ja, Mann. Scheiße. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen angespannt. Ja. Weil wir müssen, wir sind ein bisschen unterdrückt. Wir müssen. Ich hoffe es jetzt mal. Ich bin wieder. Halt. Nimm. Ich glaube, der ist echt an den Spielen. Scheiße. Gut. Ach komm, den habe ich doch gekriegt, oder? Hätte er fast nicht. Freischuss auch noch gekriegt, ey, Mann. Ja, wir haben ja... Guckst konzentriert. Man merkt es, glaube ich, drückt. Wir machen das für euch! Freunde. Ohne Sieg für Community. Boah. Mega Konter. Oben war's... Fast noch umdruck, gell. Gefühlt. 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 Der Plan war eigentlich noch nicht. Stopp. Das gibt's nicht. Der fängt alles raus. Ach komm, ey. Der lupft aber auch immer, oder? Jaja, frech. Das war wahrscheinlich schon... Das macht wahrscheinlich nicht, dass die Dreckser... Oh, mei. Das war schweiglich. Ja. Wahrscheinlich zwickt ihm die Tasten, dass die so eingezwickt. Schon. Ich muss mal aufpassen, der hat eigentlich ziemlich schnell in dem Spur. Finde ich jetzt auch. Ja. Ja. Boah freche Nummer. Freche Nummer. Es geht doch. Es geht doch. Musst einfach mal R1 und Kais drücken. Hilft alles nicht. Das war schönes Ding, schönes Ding. Ja. Also ihr wisst ja, wir sind eigentlich gegen dieses Tor anschauen und eigentlich schnell weiterfühlen. Aber... Man kann's natürlich auch nur zum Schlaf so trinken. Das denk ich mir doch immer, wenn die anderen das machen. Jaja, trink gar nicht so viel. Aber es ist warm heute. Heute ist warm. Geiles Wetter war und... Es war aber angenehm warm, muss ich sagen. Was ist denn das jetzt frei? Übelst du das geholt? Der Sommer ist endlich in Deutschland eingeklärt. Aber natürlich klassisch. Aber heute die Wetterherbogen muss ich gesehen. Natürlich am Wochenende, wenn alle frei haben, dann fängt das Schiff an. Ja, das war klar. Na gut, ich hab zwar morgen frei, aber es nutzt mir fast nichts. Ja. Schön. Ah! Gott! Da haben wir verwirrt. Das war nicht schlecht. Jetzt muss ich leider da... Da sind wir in hier... Abseits. Warte mal Abseits. Gott sei Dank. Gott save the Queen. What? In diesem Fall schon. Ja. So. Gezwickt sind wir da hinten, gell? Wolltest du ja erzählen sind? Ja. Ah, dann kommst du noch mal rein. Hast du mich auch, oder? Ja. Ja. Ja, ja schon. Das ist... Ein bisschen mauliger. Man wird schon so dumm gewöhnt. Das ist halt eben unter dem Spiel immer kurz hochziehen. Du hast wahrscheinlich schon eine Technik raus. Komm! Und nochmal. Ja, dann bist du. Und nochmal bin ich so. Also als Verteidiger würde alle gut arbeiten. So, du kriegst ihn. Pff. Ah, es ist zu eng da. Wir hören mal alles da. Ja. Wir müssen noch mehr auf die... Bisschen spülen, dass sie nachkommen. Passspülen. Ja. Oh Gott. Pass der Reh. Sch, 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 sch. Abseits. Mal wieder. Ja. Das ist echt heftig. Ja. Wie oft das eigentlich hier absetzt. Ah, Mann. Wenn der durchgeht, hey. Scheiße. Ah. Ah. Was jetzt? Was jetzt? Wir haben nichts gemacht. Nichts gemacht. Schiri. Bitte. Das ist wirklich. Weil es wurscht. Ja. Ja. Es kommt. Hauptsache kurz rein stehen. Nein! Der Einsatz ist eng, ey. Das ist brutal. Oh Gott. Ach Scheiße. Ja, die kam aber gut an. Das war wieder mal ein Hüppenbäcker zu holen. Sei da. Ja. Wir sind große Feinde von genau dieser Variante. Weil so oft trifft man in dem Spiel einfach mit dem Scheiß. Und es ist die Versager-Variante. Und wer Wernerkind weiß, dass der Rürich ein Versager ist. Äh, dass der Hüppenbäcker Versager ist. Der Rürich vielleicht auch. Der Hüppenbäcker von mir ist nur ein größerer Versager. Wenn das irgendwas die Hüppenbäcker tun. So. Jetzt ist es raus, Kinders. Oh Gott. Werner Hüte zu euch erklärt. Uh, das wird ein bisschen einfacher. Das passt schon. Ein bisschen unter Druck. Oh Gott. Ich glaube da nicht mitspielen will keiner. Ich glaube da nicht mitspielen will keiner. Ist das gut. Zu lange gewartet glaube ich. Und dann macht er das. Macht sich das automatisch. Ja. So. Jetzt tun wir schnell den Controller changen. So viel Zeit werden wir jetzt dabei schon noch haben. So. Tut mir auch leid, wenn ich unterhalte bei unseren Zuschauer. Ja. Für das bin ich ja da. Ähm. Ja. Und da sehen wir natürlich noch mal die Wiederholung auch. Das macht natürlich mit viel Glück. Und dann lupft da ein wunderschön rein. Ich komme im Großkreuz mit diesem hässlichen Tor. Was willst du da auch machen? So. So habe ich lassen gleich angesteckt. Ja. Und weiter geht's. Weiter geht's. Guckst du ein bisschen drauf dabei? Ja. Ich bin zwei und ich bin da. Okay. Es funktioniert. Okay. Er zwickt nicht. Diesmal bei den Gurten dabei. Ja. Okay. Also 2 zu 1. Ich denke das ist noch eine. Durch was macht man. Das ist eine Situation. Schließituation. In der Verteidigung finde ich das müssen wir es auch richtig gut machen. Bis dann hat er auch das Glück ein bisschen Pingpong und dann hat er den Ball. Okay. Mach schon. Ja. Wir dürfen halt nicht immer zu zweit auf eingehen. Ja. Das stimmt. So. Ja was ist denn jetzt? Mein Gott wie lange haben wir so einen blöden Eindruck bekommen? Ja. 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 Das ist ein bisschen spät gedrückt. So. Ne? Ja. 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 Ja, ja. Der Ball ist nicht gescheit, schade. Ich muss die Zunge. Ah, ich würde den unteren. Ah, schade. Mein Gott, schade, schade. Auf jetzt? Ja, sprich ich auf Zeit. Man sieht es nicht mehr durch, das ist doch. Also am 90. Mord können Sie aber stehen werden. Ja, dann müssen Sie ein bisschen rauslegen. Sollte man diese benachrichtigende Option wählen, wenn es das Netzwerk aussieht? Ja, ich habe zur Zeit immer lustige benachrichtigen. Der Sparplatz beträgt weniger als 500 MB. Hast du den auch schon gehabt? Ja. Und wenn du in den Spiegel löscht, welche Meter, dass ich seit Jahren noch nie gespielt habe? Ja, ich versuche auch noch meine alten Games, die ich teilweise schon gar nicht mehr besitze, zum löschen. Die Daten. Das waren noch Zeiten, wo man früher einfach die CD hergelegt hat und dann war gut, oder? Ja, oder das Modul oder so, ja. Schauen wir mal Mario Kart, ja. Ich habe jetzt erst mal 3 Stunden, 24 Stunden Updates. Boah, ich habe mir für 15 Euro habe ich mir ein Gran Turismo 5 gekauft. Hör mal auf! Mit Ladezeiten. Ich meine, da hat zwei Stunden hat er erst mal gespielt. Da habe ich erst noch zwei Stunden spielen können. Echt? Echt? Ja, das war echt furchtbar hier. Ich habe nach unten Druck, ich habe nach unten Druck. Der war da nicht bereit. Ja. Scheiße, ey. Also dann nochmal so richtig bitter, wenn wir nicht weiß. Okay, Abseits. Ja, dann noch reingehen. Ja, dann ins Weg ist das Wurscht. Entschuldigung, das war auch schon geduckt. Das ist ja bitter, wie es mein Herz eigentlich angeht. Ja, ja. Komm, jetzt stellt er so das Ablett an. Ah, war nicht mehr abseits. Guck mal. Guck mal. Aber es war echt nicht mehr früh. Ragemonos war kurzzeitig an. Guck mal. 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 War ja auch ein wichtiges Ding. Ja. So, jetzt muss ich aufpassen. Ah, jetzt habe ich das Spiel zu viel abgewählt. Glaubst du nicht? Okay, okay. Das war allerletzte. Knapp. Gut, Lösung. So, ich muss nochmal zurück. Ja, so glaube ich nicht. Zu viele Spieler. Und jetzt gerade wieder rum. Und das war Scheisspass. Scheisse, Scheisse. Gut dann, gut dann. Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich weiß nicht, ich spiel noch nichts. Äh, so gar nicht noch viel zu gehen. Guck mal. Ich spiel jetzt. Flanke, Flanke. Na, pass. Guck mal. Ich spiel jetzt. Ja, gut, nix mehr Flanke. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich hab mich sicher. Woha. Macht mich angst. Haha. Nimm mich auf mich sicher. Ich hab mich gelesen. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht haben. Jawoll. Guck, Hart das Rotz so comm 제 sein. Tag, Ma anxiety. Sorry, Woawob uso du. Ein Platz. Ich hab mich eins mit mir. Darf ich dir jetzt bitte, Herr Ausweis, bei Numer zängen? wegen mir gerne. Also das ist 커플�, Das würde mich auch mal interessieren. Da haben wir. Bissl grob von hinten, aber kann man geben. Ich darf mal sagen, es war für mich eher englische Härte. Oh Gott! Oh Scheiße! Das war schon wieder aus. Na Mann, was mach ich denn? Oh Scheiße! Das ist deine. Ne, das ist das. Das sind zu 10, komm jetzt. Oh! Nein, nicht das Geld. Ach so voll, wenn du das löst. Scheiße. Jetzt wird es natürlich eng. Okay, ich bin brutal aufwesigbar. Ich füchte es nicht mehr. Ne. Dann machen wir jetzt hin. Ich mache mal einen Hübenbecker. OOOH, ich bin Sklau von hinten. Wecker Scheiße. Verspringt mit der Ball. OOOH! Scheiße, der war es gewesen. Der war es nicht gewesen. Wo ist es geworden? Bling bling. Malik. Spuh. Buschloch. Ja, der ist sehr gut. Das würde ich nicht sagen. Hast du noch mal eine brutale Nummer? Ich trage alles. Ich trage alles. Schade. Schade. Eigentor. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt gezeigt, dass wir auf der Fall auch interessanter spielen können. Ja, attraktiv. Ja, gut, attraktiv ist jetzt vielleicht nicht gleich. Aber ich glaube, das hat die Botezahl nach oben. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Willst du gleich das nächste? Sicher. Gute Schicksal. Ja, gut sei Dank. Okay. So. Ich glaube, das ist ein Chat.